Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe zum Thema Digital Leadership. Vielleicht kennen Sie mich ja schon aus dem Video zur Einführung in die digitale Transformation oder von anderer Stelle. Falls nein, mein Name ist Erik von Düsterloh. Ich bin Leiter des Department Wirtschaft der HAW Hamburg, der zweitgrößten Hochschule Hamburgs. Nachfolgend möchte ich Ihnen das Thema digitale Transformation und Leadership in kompakter Form näher bringen und dabei insbesondere auf die Frage eingehen, was sogenannte Digital Leader denn eigentlich auszeichnet. Ja, als Einstieg möchte ich zunächst mal den Versuch unternehmen, unterschiedliche Epochen von Führungsansätzen auf der Zeitachse auch inhaltlich voneinander abzugrenzen. Natürlich ohne, dass hier ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird und auch mit dem Hinweis, dass es sich hier nur um eine indikative Einordnung und Beschreibung handeln kann. Es beginnt im Zeitalter des späten 18. Jahrhunderts vor und nach der Französischen Revolution mit der sogenannten Great Man Theory. Danach werden Führungskräfte bereits als solche geboren und können prinzipiell gar nicht zu solchen gemacht werden. Das hat sich dann irgendwann aufgelöst und ja, also so ungefähr 100 Jahre später kam dann eine neue Theory auf, die Group Theory. Erstmals ein Führungsansatz, der auch den Mitarbeitern ein Mitspracherecht ermöglichte, weil man nämlich erkannte, dass sich eben durch die Einbeziehung von Mitarbeitern auch deren Engagement steigern lässt. Es folgte die Trade Theory, so in den 40er, 50er Jahren. Danach sind aber dennoch bestimmte Charaktereigenschaften von Führungskräften wesentlich für deren Erfolg. Im Anschluss, so 60er Jahre, die Behavioral Theory, wonach der Erfolg von erlerntem Verhalten und damit eben auch von notwendigen Verhaltensänderungen abhängt. Die 70er Jahre wieder eher so in Richtung Group Theory, der Führungsverantwortliche hat Verantwortung für die Mitarbeiter und eben auch eine Pflicht, sich sozusagen um deren Wohlbefinden zu kümmern. Und in den 80er, ja, 90er Jahren, ich sag mal die Phase, ja, auch des Shareholder Value, wo dann eben Transaction Leadership mit einer Überwachung insbesondere auch der Performance von Führungskräften und eben auch eine entsprechende Entlohnung in Abhängigkeit von der Performance, ja, sich lange gehalten hat. So, heute sind wir, oder ich sag mal so Anfang der 2000er, ging es dann in Richtung Adaptive Leadership, also wieder in Richtung Motivation von Mitarbeitern, Fähigkeit von Führungskräften, Veränderungsprozesse proaktiv auszulösen. Und heute wären wir dann letztendlich, ja, bei dem Thema Digital Leadership. Doch bevor ich darauf näher eingehe, ja, erlauben Sie mir zunächst nochmal ein paar Vorbemerkungen zu den Herausforderungen der Digitalisierung oder was eigentlich so gerade kennzeichnend ist und dann eben sich auch auf die Führungsansätze auswirkt. Ja, das Stichwort lautet, die Welt ist VUCA. Vielleicht haben Sie ja schon mal davon gehört und diesen Begriff irgendwo vernommen. Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, was bedeutet denn das jetzt bitte? Ja, mit VUCA werden einige zentrale Herausforderungen unserer Zeit beschrieben. Namentlich verbergen sich dahinter vier Aspekte, die insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung oder mit dieser Zeit immer wieder genannt werden. Das V steht dabei für Volatilität, das U steht für Uncertainty, also Unsicherheit, das C steht für Complexity und das A für Ambiguity, sprich Mehrdeutigkeit. Ja, was hat das jetzt mit den Herausforderungen der Digitalisierung zu tun? Also, wir haben es mit stark schwankenden Veränderungen von Umweltzuständen zu tun, Stichwort Volatilität. Ja, man betrachtet beispielsweise das Zinsumfeld oder auch Währungsschwankungen, um nur zwei Schlagworte zu nennen. Hinter Unsicherheit verbirgt sich letztlich die immer oder häufig anzutreffende Abnehmende und Vorhersehbarkeit eigentlich. Auch das in sozusagen, ja, kürzeren Zyklen. Beispiele hierfür sind politische Rahmenbedingungen, die sich schnell mal irgendwo verändern können an bestimmten Teilen der Welt. Aber natürlich auch Krisen, die uns heimsuchen, wie gerade Corona, wo sich auch dann quasi alles einmal auf den Kopf dreht und angestammte Wahrheiten eben dann infrage gestellt werden müssen. Die Komplexität ein wesentlicher Faktor. Natürlich, technische Lösungen werden zunehmend anspruchsvoll und schwerer zu verstehen. Das stellt, sage ich mal, Entscheider vor, schon vor deutliche Herausforderungen. Nehmen Sie nur so ein Thema wie die Blockchain-Technologie. Also selbst ich muss mich dann immer mal wieder mit der Frage auseinandersetzen, wie funktioniert das jetzt gerade nochmal mit den ganzen dezentralen Speichern und mit den Sicherheitsmechanismen? Wieso kann man das jetzt eigentlich da ohne weiteres einsetzen? Also ich hatte ja schon gesagt, der Energiehandel ist also ein möglicher Einsatzbereich. Und das wird schon eingesetzt, ja auch im Projekt Norddeutsche Energiewende, ja, zur Steuerung von Netzengpässen und aber auch im Intraday-Handel. Also hier eine, ja, zukunftsweisende Technologie, die eben mal relativ komplex dann zu handeln ist. Ja, und Mehrdeutigkeit, ja, Mehrdeutigkeit bedeutet, es gibt eben dann auch viele Lösungen, die zum Ziel führen. Mit Blick auf den Energiemarkt könnte man jetzt beispielsweise sich die Frage stellen, naja, was ist denn jetzt eigentlich der beste Stromspeicher in der Zukunft? Ja, ist es also die Silizium-Batterie oder ist es möglicherweise etwas anderes, was hier zum Ziel führt und uns die Energie optimal speichern lässt? Alles Fragen, die sozusagen, ja, zu lösen sind. Und weil diese Fragen schwierig sind, ja, kann man diesen Herausforderungen unter anderem dadurch begegnen, dass man sich auf wesentliche Erfolgsfaktoren konzentriert, wie beispielsweise dieses hier dargestellte 3C-Modell. Das ist dann nämlich die Frage oder die Herausforderung, Antworten auf eigentlich drei wesentliche Fragen zu finden. Was wollen die Kunden eines Unternehmens oder was wollen meine Kunden, wenn ich das Unternehmen repräsentiere? Was machen meine Wettbewerber an der Stelle? Und was sollten wir denn im Unternehmen tun, um vor diesem Hintergrund dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu generieren? Ja, die Beantwortung der letzten Frage ist dabei natürlich naturgemäß die schwierigste, insbesondere in VUCA-Zeiten, in Zeiten der digitalen Transformation. Und Transformation bedeutet letztendlich Change und zwar Change bis hin zu einer kompletten Umstellung des bestehenden Geschäftsmodells. Dies fällt aus verschiedenen Gründen nicht allen Unternehmen leicht. Ja, was so Gründe sein könnten, haben wir hier nochmal für Sie dargestellt. Also es wäre natürlich möglich, dass Sie eine ältere Generation an Entscheidern im Unternehmen haben, die eher konservativ ticken und möglicherweise noch gar nicht das richtige Verständnis für den digitalen Wandel und für die damit zusammenhängenden Herausforderungen haben und darauf warten, dass das dann die nächste Generation irgendwann für Sie übernimmt. Die Frage ist halt nur, ob Sie noch genug Zeit haben als Unternehmen, darauf zu warten. Dann kann natürlich die Transformation eines Geschäftsmodells auch dazu führen, dass Sie hohe Risiken eingehen müssen, hohe Investitionen tätigen müssen bei natürlich ungewissem Marktausgang, weil Sie möglicherweise auf eine Technologie setzen, die dann sich nicht als die einzig erfolgreiche oder als die best erfolgreiche herausstellt. Sie müssen viele Prozesse umgestalten und auf Automatisierungsfragen Antworten finden. Auch das schreckt eben manche Unternehmen ab, bis hin zu übergeordneten Themen natürlich, dass eine Unternehmenskultur an sich gerade oder wenig Raum für Innovation bietet, weil man eben in einer altangestammten Branche arbeitet, wo sozusagen dynamische, disruptive Prozesse in der Vergangenheit eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben. Demzufolge ist es, ja, die Aufgabe eines Digital Leaders, sich nicht lange mit diesen Hindernissen zu beschäftigen und mit der Frage, warum jetzt die Unternehmenskultur möglicherweise dazu führt, dass wir keine Veränderungen vornehmen können, sondern diese Veränderungen auch gegen Widerstände umzusetzen. Und ja, hier haben wir mal eine kleine Definition versucht, die Definition von Digital Leadership mal vorzunehmen. Und ja, wir würden sagen, dass Digital Leadership die Fähigkeit von Führungskräften ist, in Zeiten der Digitalisierung die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen. Das hat so auch der Petri im Jahr 2019 in seinem Buch definiert. Entscheidungen zu treffen und unter Nutzung digitaler Technologien die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu stärken. Jetzt kann man sagen, ja gut, okay, gut gemacht, Herr von Düsselo. Aber was heißt denn das nun konkret in Bezug auf das Führungsverhalten, was an der Stelle anzulegen wäre oder anzulegen sein könnte? Hier haben wir einmal versucht darzustellen, wo denn der Unterschied zu Leadership im Vergleich zu vielleicht dem klassischen Management oder der eine oder andere wird sagen, na, das ist so Merkmale eher des operativen Managements. Aber sei es drum, lassen Sie mich das einfach mal gegenüberstellen. Also ganz oben fängt es schon an. Der Digital Leader, der hat in den allermeisten Fällen einen Fokus auf den Menschen und weniger auf die Prozesse. Das wäre dann eher ein Thema sozusagen für das operative Management. Der Digital Leader hat ferner die Fähigkeit, den Blick deutlich nach außen zu richten, während eben andere traditionelle Manager vielleicht in erster Linie damit beschäftigt sind, und den Blick nach innen zu richten und eben weniger wahrzunehmen, was um sie herum passiert. Ein Digital Leader ist in der Lage, eine Vision zu artikulieren und eine Zukunft zu kreieren, also Menschen zu inspirieren und mitzunehmen, während ein traditioneller Manager möglicherweise eher an der Ausführung von Plänen hängt und an der Verbesserung der, Klammer auf, überholten, Klammer zu, Gegenwart. Der Digital Leader oder der Leader sieht dann in dem Zusammenhang auch eher den Wald als nur die Bäume. Er inspiriert, vertraut und fördert seine eigenen Mitarbeitern und weist eben nicht nur an und kontrolliert. Ein Leader zeichnet aus, dass er die richtigen Dinge tut, anstatt die Dinge richtig zu machen. Genau. So, ja, was prägt Digital Leader denn noch? Wie kann man diese Aufgabe, diese Herausforderung noch beschreiben? Also ich habe es bald gesagt, es geht natürlich, es geht zuallererst darum, Veränderungen voranzutreiben, also die Probleme der Zeit zu erkennen und sie in Veränderungen zu überführen. Dazu sind ein paar Dinge erforderlich. Dazu ist es erforderlich, auch Leistungen anzuerkennen. Dazu muss der Zusammenhalt im Unternehmen gefördert werden. Zusammenhalt fördern heißt Mitarbeiter fördern. Es müssen Entscheidungen getroffen werden und zwar schnell. Und ein Digital Leader oder ein Leader im Generell muss eben Orientierung geben, damit seine Mannschaft in die richtige Richtung läuft. Die Punkte noch einmal heruntergebrochen, mit einem weiteren Aspekt versehen, könnte man sagen, Veränderungen vorantreiben heißt in erster Linie, Mitarbeiter dafür zu inspirieren und zu begeistern. Leistung anerkennen, das kann man machen, indem man Mitarbeitern qualifiziertes Feedback gibt. Zusammenarbeit fördern. Dazu gehört natürlich heute, dass man in der Lage ist, entsprechende digitale Tools einzusetzen, agile Management-Methoden kennt, führen auf Distanz durchführen kann, wozu wir ja alle in den Corona-Zeiten gezwungen sind, egal wo wir arbeiten. Mitarbeiter entwickeln, das heißt Mitarbeiter zu schulen, ihnen auch Verantwortung zu übertragen, bewusst abzugeben und Entscheidungen zu überlassen. Der Leader muss natürlich seine Entscheidung treffen und das mit hoher Geschwindigkeit, damit er Orientierung geben kann. Orientierung geben heißt aber auch ganz wesentlich kommunizieren, aktiv kommunizieren und eben auch das Wort Vertrauen an der Stelle. Ja, Mitarbeiter inspirieren können. Es gibt, ja, eine Einordnung von Typen, von Führungskräften in zwei unterschiedliche Mindset-Kategorien. Also man würde ein Growth-Mindset an der Stelle von einem Fixed-Mindset unterscheiden. Und dieses Growth-Versus-Fixed-Mindset charakterisiert dabei zwei unterschiedliche Grundprägungen von Führungskräften, die ich, ja, die ich eigentlich nur einmal ganz kurz abgrenzen möchte. Ja, was sind Führungskräfte mit einem eher Fixed-Mindset? Das sind Menschen, die Herausforderungen und unsicheres Terrain tendenziell scheuen und zwar deshalb, weil sie Angst haben zu scheitern und weil in bestimmten, ja, ich sag mal Sozialisation eben Scheitern als Makel angesehen wird. Und derjenige, der eher mit dem Growth-Mindset arbeitet, der schert sich weniger um die Angst vor Scheitern als vielmehr um das Erkennen von Herausforderungen und die dadurch sich bietenden Möglichkeiten. Natürlich ist das Scheitern immer im Bereich sozusagen einer Wahrscheinlichkeit, aber er wird sich durch die Angst vor Scheitern hier nicht davon abhalten lassen, zukünftige Herausforderungen anzunehmen. Die Führungskraft, die eher im Bereich von Fixed-Mindset anzuordnen wäre, würde wahrscheinlich dann auch bis zu einem gewissen Grad sagen, ja, ja, ich habe bestimmte Fähigkeiten, die sind in gewisser Weise gegeben und setzen mir auch Grenzen. Diese Grenzen überschreite ich nicht. Im Gegenteil, ich versuche vielleicht eher meine Erfolge, meine erreichten Erfolge, ja, abzusichern. Während Menschen, die eher dieses Growth-Mindset mitbringen, ja, ihr Wissen und ihre Fähigkeit als steigerbar, als verbesserbar ansehen und dadurch sozusagen den Mut haben auch, Veränderungen herbeizuführen. Also eine stark ausgeprägte Veränderungsbereitschaft auf der einen Seite zu einer eher weniger ausgeprägten Veränderungsbereitschaft. Auf der anderen Seite, das sind sozusagen, ja, diese zwei Cluster Fixed-Mindset versus Growth-Mindset. Damit komme ich, ja, zu, ja, schon fast zum Schluss hier auf die Zielgerade und möchte Ihnen gerne noch ein paar typische Eigenschaften eines Digital Leaders hier mitgeben. Also ganz wichtig ist natürlich, dass Sie eine Neugierde haben. Sie müssen eine positive Einstellung gegenüber technischen Neuerungen entwickeln. Ansonsten wird das alles nichts mit der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen. Sie müssen offen kommunizieren. Sie brauchen Transparenz. Ansonsten kriegen Sie keine Transformationsprozesse erfolgreich umgesetzt. Menschen erwarten, dass sie mitgenommen werden. Sie wollen das. Junge Menschen wollen Verantwortung und mitgenommen werden. Ja, natürlich brauchen Sie auch technisches Verständnis, um den Einfluss des digitalen Fortschritts auf Ihre Geschäftsprozesse zu erkennen. Wenn Sie dieses Verständnis noch nicht selber haben sollen, dann kaufen Sie sich dieses Verständnis oder suchen Sie sich Informationsquellen, damit Sie sozusagen hier, ja, auf den Stand der Dinge gebracht werden. Emotionale Intelligenz, ja, auch ein ganz wichtiges Thema zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, aber auch zur Erfassung von Kundenbedürfnissen. Abstraktionsvermögen, Blick über den Tellerrand, Zusammenhänge verstehen und last but not least Selbstreflektion. Also sich, ja, sich ab und zu mal selbst hinterfragen, sein eigenes Handeln überdenken in gewissen Zeitzyklen. Das sind die Dinge, um die es geht. Und ja, jetzt können Sie, kann ich, kann sich jeder letztendlich natürlich die Frage stellen oder sollte sich die Frage stellen, ob er die typischen Eigenschaften, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, eines Digital Leaders, also einer Führungskraft in dieser Zeit der Digitalisierung, ob Sie, ob ich das haben. Falls nein, ist das überhaupt gar kein Problem, denn es geht in diesem Fall lediglich darum, dass wir erkennen, dass unser Mindset anzupassen ist und dass wir, ja, nach Möglichkeit erreichen sollten, einige Eigenschaften der hier genannten Digital Leadership Führungsansätze eben auch, ja, zu erreichen oder wenigstens dann doch auszuprobieren. Und wie kann so ein Mindset Shift denn nun gelingen? Also es dürfte Ihnen gelingen, wenn Sie in der Lage sind, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der Fehlerkultur, Vertrauen und Transparenz eine hohe Bedeutung haben. Es dürfte Ihnen gelingen, diesen Mindset Shift durchzuführen, wenn Sie einmal agile Management Methoden auszuprobieren, wie beispielsweise Design Thinking Tools, also Digital Customer Journeys zu entwickeln oder sogenannte User Stories zu identifizieren. Dafür kann man Innovation Labs einrichten, in die man auch die Mitarbeiter einlädt, an diesen neuen Instrumenten mitzuwirken. Und natürlich, das ist immer so, das ist nichts Neues. Man sollte auch versuchen, von anderen erfolgreichen Beispielen zu lernen oder sich auf seinem Weg auch einfach mal coachen zu lassen, Feedback einzuholen, ja, ein Auge von dritter Stelle auf das eigene Handeln richten zu lassen. Dann dürfte Ihrem Erfolg als Digital Leader aus meiner Sicht eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Dafür wünsche ich Ihnen, ja, viel Mut, viel Kraft und natürlich viel Erfolg. Ja, ich darf mich bedanken und wünsche Ihnen alles Gute. Bis demnächst. Vielen Dank.